Das ist wirklich sensationell für die Schweizer Fussballfans, was man hier für Mannschaften bewundern kann. Vor allem der FC Zürich, das ist natürlich etwas ganz Spezielles. Du hast zwei, die beim FC Zürich waren. Der Favre, der den Aufschwung von der FC Zürich eingeleitet hat. Das ist der Raphael, vergiss mal. Der hat den Favre in der Challenge League ausgraben. Er hat ihn auf Zürich gebracht. Von da ist er nachher Buf Berlin, Schalke, Gladbach. Er spielt jetzt eine fantastische Rolle. Für die FC Zürich müssen wir nicht diskutieren. Es ist immer etwas Grosses gegen eine Bundesliga zu spielen. Canepa wird seine Panini-Bilder aus der früheren Zeit wieder raus holen. Und seine Kicker, die er alle archiviert hat. Aber ich glaube auch, dass es für Lucien Favre ein ganz spezieller Match ist. Am Ursprung von scheinem Erfolg als Trainer war er nicht in Kempf, wo er mal gewesen ist. Es war nicht Echalant, wo er als junger Trainer war, sondern Zürich. Und nach einem halben Jahr in Zürich, ich kann mich nur erinnern, war Zürich auf Kempf gegen die Erstligist. Zürich war der Letzte. Und wenn er das Spiel nicht gewonnen hätte, ich weiß nicht mehr, ob es Mera war oder ich weiss es nicht mehr ganz genau, dann wäre Favre entlassen worden. Das war ganz klar. Und das Spiel hat er gedreht. Und von diesem Moment an ist es mit Favre Abschied gegangen. Und ich habe eben einen grossen Respekt vor dem FC Zürich, dass die das durchgezogen haben mit dem Favre und den Müd hatten, den Weg zu gehen. Zuerst den Brei und nachher bis ganz nach oben an. Und für mich ist immer klar, dass der Favre ein guter Trainer wird. So akribisch, so Fussballverrückter. Das ist ein positiver Verrückter in Sachen Fussball. Und ich glaube, für ihn ist es eine grosse Sache, gegen den Klub zu spielen, den er als Trainer gross gemacht hat. Klar, die Favoritenrolle ist bei Gladbach. Das ist logisch. Aber ich glaube, die restlichen beiden Gegner kennen ihn. Zürcher ist noch schwierig. Ein spanischer Verein ist immer schwierig zu spielen. Aber wenn es gut läuft, und wenn der Hexenkessel letztendlich mal voll ist, dann kann es vielleicht eine positive Geschichte geben. Aber es wird schwierig, Zweiter zu werden. Aber es ist möglich für den FCZ.